kritische zeigen vor drei tagen von meiner freundin getrennt und wenn ich da und kannst du mir helfen da wir die 5 euro bros keine ahnung was mir halt bei sowas immer geholfen hat bis jetzt war halt dann immer mit viel mit homies sprechen und ich habe auf gar keinen fall aggressionsproblem viel mit homies reden und auf jeden fall auch mit anderen girls reden ob man die jetzt gleich direkt etwas irgendwie mit den macht oder so muss man jetzt nicht weiß so kann man ja schauen so mäßig aber das war zu sauer ich muss mich beruhigen aber irgendwas irgendwie besser den rummacht oder so muss man ja nicht direkt aber einfach um zu checken okay hey da existieren auch noch andere menschen auf dem planeten die mich halt auch okay finden